E gleich M mal C Quadrat könnt ihr jetzt mal getrost vergessen, denn wir zeigen euch die Formel für ein spektakuläres Sportwochenende auf eurem Hauptstadt-Sender. Also aufgepasst und mitgeschrieben. Man nehme zunächst zweimal Hockey ins Quadrat, denn beide Teams vom Berliner HC müssen nach den unglücklichen letzten Wochenende doppelt ran. Ziel, na klar, vier Siege. So, also vier gemerkt und mit 62 multipliziert, denn so viele schwere Jungs stehen im Kader der Berlin Rebels. Die starten am Wochenende gegen die New Yorker Lions endlich die Mission Playoffs. Dazu muss das Ei so oft es geht in die Endzone gebracht werden. Doch wir haben noch mehr Spielgeräte im Programm, nämlich fünf an der Zahl und die müssen bei den Berliner Meisterschaften der rhythmischen Sportgymnastik so elegant wie möglich durch die Lüfte fliegen. Eine Zahl zum Malnehmen haben wir noch und zwar die zwölf. So viele Teams starten beim Berliner Bären Cup 2015, dem Wasserball-Nachwuchs-Event der Hauptstadt. Fassen wir zusammen, zwei Hockey-Quadrat mal 62 schwere Jungs multipliziert mit fünf Handgeräten plus zwölf Wasserball-Nachwuchsteams ergibt 100% Lust aufs Wochenende bei eurem Hauptstadt-Sender Hauptstadt-Sport-TV. Das Einmal-Eins der Berliner Sportvielfalt.